Wer das Wandern liebt und fürstliche Momente in unberührter Natur genießen möchte, ist im Wanderparadies Fürstentum Lichtenstein hervorragend aufgehoben. Saftig grüne Bergwiesen wechseln mit schroffen Bergformationen. Innerhalb weniger Kilometer ist man in einer anderen Welt. Die Wanderung Fürstensteig drei Schwestern ist voller Gegensätze und überraschender Momente. Mitten im Herzen der Alpen bietet der Fürstensteig und der Drei-Schwestern-Steig, welche durch einen legendären Gratweg verbunden sind, einen einzigartigen Ausblick auf die oft schneebedeckten Gipfel. Der Kuhgrat ist der höchste Punkt dieser abwechslungsreichen Bergwanderung und eröffnet eine atemberaubende Aussicht unter anderem auf den Rätikon und zu den Schweizer- sowie Vorarlberger Bergen. Dieser beeindruckende Panoramablick ist einer der Höhepunkte der Tour und bei guter Sicht ist sogar der Bodensee zu sehen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!